Noch sieben Tage. Ja, dann zünden wir jetzt die Hütte an. Die Hütte anzünden wäre auch eine Option. Wir trinken einen Schluck Kaffee und beschwören dich. Kaffee gut. Ich habe gar nichts getan. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Spiel von H.I.O. Auch wieder ein kostenloses Spiel. Es heißt das Ritual. Es gibt sieben Enden und eigentlich dauert es acht Minuten. Aber mit allen Enden dauert es länger. Ich versuche mal mein Glück. Ich garantiere für nichts. Ich weiß nicht, wie schwer das ist, alle Enden zu erreichen. Und ich weiß auch nur, wir spielen mit einer Freundin, glaube ich, halt irgendwie. Wir verbringen den Abend und wir machen wohl ein Ritual. Heute Nacht ist die Nacht. Oh. Ich habe in den Einstellungen übrigens das Headbobbing ausgeschaltet. Ui, das ist ein bisschen laut gewesen. Ich mache dir nicht einfach auf. Krieg ich dich? Das ist bestimmt unsere Freundin. Hi. Ich kann nicht pflichten. Hey. Es ist Zeit. Zeit wofür? Lässt du mich rein? Ähm. Ich weiß nicht. Los, lass uns anfangen. Friend. Okay. Was bist du denn für eine Freundin? Lass uns keine Zeit verschwenden. Das ist ein guter Platz, oder? Nee, ich bin jetzt mal erst mal dagegen. Ich bin gegen so Rituale, wenn man nicht genau weiß, was... Nein, eigentlich... Nein, also ich würde es nicht tun. No offense, but your flat is... Ja, du, äh, ist ja... Ich würde es nicht machen, aber dein, äh... Dein Wohnung ist nicht so groß. Don't you? Wuss? Was ist Wuss? Was? Wuss? Äh, ich werde es sauer machen. Also, ne? Das stelle ich mir nicht so an. Äh, geh die Kräuter, ne? Die Kräuter holen. Ich werde ja bald fertig sein. Ähm... Was ist... Was ist... Achso, okay. Ich habe nichts Böses gedacht. Nein. Jetzt brauchen wir die Kerzen. Achso, es gibt mehr als eine Kerze. Wie viele Kerzen haben wir... Ja, klar. Ich habe auch immer rote Kerzen überall in meiner Wohnung verteilt. Oder auch schwarze Kerzen. Kann ich das nochmal bitte ändern? Ja. Also, wenn... Wenn die jetzt andere Farben haben, dann möchte ich bitte... Das auch... Oh. Es ist mir auch alles ein bisschen zu nah dran. Hallo. Kann ich bitte... Kann ich mehr als eine... Nein, kann ich nicht. Dam, 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 dam. Äh, wieso gibt es noch mehr? Jetzt soll ich die Kerzen anmachen. Wir sind soweit. Spiritueller Schatten. Wir beschwören dich. We pray to you. Wir beten dich an. Wir leiten dir den Weg. Wir erleuchten dir den Weg. Kontakt ist schön. Komm, rede mit uns. Und sei unter uns. Hat's funktioniert? Ich mach das nochmal. Spiritueller Schatten. Bitte hör rund. Ich will das gar nicht vorlesen. Wer weiß, was das ist. Sie, sag's nochmal. Wir beten dich an. Hier. Das Licht. Bitte komm. Bitte, bitte, bitte. Nicht, dass ich nachher irgendwas beschwöre. Also, wenn jetzt nichts passiert, dann bin ich echt gepisst. Das ist ja nah. Ja. Ja, wie soll ich das denn bitte lesen? Kerze. Kräuter. Stern. Oh, I'm a ritual of false light. Da sind nur schwarze Kerzen. Dann ist da noch, was soll das heißen? Nicht reinlassen. Ich muss doch so Kristall an die Fenster machen. Moment, warte. Das war false light. Und das ist auf Spill... Kerze mit... What is this? Im Kreise? Okay, ich habe das Gefühl, das ist komplizierter, als ich dachte. Ähm, okay. Kann ich... Achso, ich kann mich nicht mehr ändern. Lass uns mal rumhängen und gucken, ob irgendwas passiert. Okay. Achso, ich darf mich wieder bewegen. Du, du, du. Hi. Wir machen doch nichts. Vielleicht haben wir was falsch gemacht. Also, der Kreis war auf jeden Fall richtig. Die Kräuter waren auch richtig. Die Kerzen vielleicht. Aber ich weiß nicht. Es ist spät. Ich gehe besser. Wir probieren es denn alle mal. Wir sehen uns. Schoddy. Was heißt denn? Schoddy. Ritual. Nothing happened. Ending 1 von 7. Okay. Aber warte mal. Mach das mal wieder an. Und vielleicht ruckelt es dann einen Ticken-Tacken weniger. Heute ist die Nacht. Ach, guck mal. Aber der Tür ist so ein Ding, ne? Kristall. Ich kann das Licht ausmachen. Okay. Oh, dieses Radio, ne? Dieses Gnobel hier. Will ich einfach nicht aufmachen? Äh, hier. Hi. Ja, klar. Komm rein. Oh, gerade. Ich lasse den Sonnbaum. Und ich lasse die Tür einfach auf. Weil ich so bestimmt wieder die... Okay. Du musst es mir erst sagen. Ist das... Ja, ist perfekt hier. Ja, wir holen die Kräuter. Und jetzt brauchen wir die Kerzen. Wir machen jetzt das Dunkle. Noch irgendwann eine dunkle Kerze. Und dann hier ist rot, hier ist Wein. Was ist denn eigentlich hier alles so? Back of Crystals. Oh, okay. Ist denn hier ein Lichter? Und dann noch ein Blicker ist. Krächeres Klo? Nein. Nebenbei, ich kann nicht springen. Aber ich glaube, das ist ja auch nicht vonnöten. Eine fehlt noch. Ich würde gerne rausgehen. Zeige mir nochmal das Buch. 2, 3, 4, 5, 5, 1, 2, 3, 4. Nein, wir brauchen noch eine. Aber wo war das so? Die Kerzen? Ja. Doch hier. Oh, eine Treppe. Guck mal, sogar draußen ist designt. Das ist ja fein. Das ist eine rote Kerze. Oh, das ist aber gemein gewesen. Die erkennt man ja kaum. So. Ja, jetzt machen wir die an. Wir sind soweit. Ich spüre Dörler Schatten. Ich werde das wieder nicht vorlesen. Wer weiß, was da passiert. Los, komm zu uns. Nee, ich muss noch mal das Buch lesen. Hallo. Lesen. Ich muss noch die Dinger an die Fenster machen. Moment. Warte kurz. Kann ich nicht. Kann ich das nicht. Moment, bitte. Ich habe doch extra das Licht ausgemacht. Ja, und jetzt? Oh mein Gott. Ich hätte nicht gedacht, dass das funktioniert. Es ist hier. Es ist real. Es tut mir so leid. Ja. Es tut mir so leid. Nee, ich öffne nicht die. Okay, ich... Ach, cool. Schön, dass du mir das alles anzeigst. Das ist ja nicht so nett. Hier hängt schon einer. Hier muss nichts. Ich sehe nichts. Okay. Obwohl, ein bisschen zu lang gebraucht. Ich wusste nicht, dass es dunkler wird. Schattenritual. Hör mal, to force is unknown. Das Unbekannte, ja. Okay. Heute ist die Nacht. Ach so. Ja. Klopfen hier, kein Radio. Post, komm schon. Komm schon. Hier ist dunkel. Nicht sparen. Hallo, hallo, hallo. Ja, komm, 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 komm. Los, 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 los. Ja, schnell, 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 schnell. Ja. Also, ich soll erst die Kräuter holen. Sind das eigentlich nur Kräuter? Jetzt kriegst du noch deine tolle Kerzen. Ich habe schon wieder vergessen, wo die alle sind. Also, für gleich, ne? Hier zwei Fenster. Sag mal. In Bad sind keine Fenster, aber hier die zwei Fenster. Oh, und in der Küche auch noch. Oh Gott. Ich habe einfach zu lange geguckt. Oh, wo ist denn A? Ja. Machen wir den Kram noch an. Ich habe mich ja auch in die Mitte gestellt. Geht das? Nicht ganz. Wir sind soweit. Virtueller Schatten. Nicht beschwöre dich. Hier, bla bla bla. Telefon. Kann ich vorher die Gastzahne holen? Nein. Dann mit Angst. Hallo? Kristall. Kristall. Schneller. Kristall. Kristall. Küche. Schnell, schnell. Lauf, 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 lauf. Ha. Du hast uns gerettet. Ich kann es nicht glauben. Ja, machen wir nie wieder so einen Scheiß. Haha. Jetzt habe ich drei, ne? Stopped before it was too late. Gestopped, bevor es zu spät war. Ja. So, jetzt die roten Kerzen. Heute ist die Nacht. Ja, die Nacht. Bis es klopft, esse ich mal ein kleines Kaffeebonbon. Ich habe nichts mehr Süßes im Schrank. Aber Kaffee. Hallo? Kommst rein? Ja. Sophie. Tür zu. Wir machen gar Wolken. Oh, kommen wir mal die Kräuter. Jetzt die Kerzen. Ich komme natürlich nicht da dran. Rot, rot, rot sind alle meine Kerzen. Was? Ja. Ja. Ich persönlich war ja für schwarze Kerzen, weil rot so an Weihnachten erinnert. Wo ist denn die letzte rote Kerze? Halt die Klappe. Bin ich blind? Ja. Ja. Ich muss vorher aber nochmal einmal hier lesen, was man da machen soll. Also das haben wir ja gemacht. Und wenn die roten Kerzen dann, ja was heißt denn das? Soll man die mit so einem Dingen wieder ausmachen und dann den Kreis gegen den Uhrzeigersinn wegwischen? Habe ich denn überhaupt ein Besen hier? Aber wo wäre denn hier ein Besen? Und so ein Ding zum Ausmachen habe ich auch nicht. Das will gut. Wir sind soweit. Ja, wir beschwören dich. Wir haben mir das Licht. Komm und rede mit uns. Mach mal. Hat's geklappt? Lassen Sie mal eine Minute und sehen, was passiert. Hat's geklappt? Ich muss bestimmt in der Zeit dieses Dingen suchen. Aber wo soll denn das sein? Ah, wenn ich die Tür jetzt offen gelassen hätte? Wo denn? Ja, ich auch. Ich denke, es passiert irgendwas. Wo klopft das hier? Das klopft woanders, oder? Bitte, gib mir keinen Jumpscare. Oh, scheiße. Ah, nee, ich will. Nein. Ich habe Rockart. Was ist los? Meine Augen? Deine Augen? Ich kann nichts sehen. Hilf mir. Was passiert dir? Was haben wir getan? Wir? Du? Ich muss das ja noch wegwischen. Das ist toll. Ja, okay. Du hast uns gerettet? Habe ich das? Deine Augen sind wieder da, oder wie? War das richtig? Blutritual. Stopp, bevor es zu spät war. Okay, dann machen wir es jetzt nochmal. Und stoppen ist nicht. Es ist mit dem, dieses Klopfgeräusch. Das finde ich echt eklig. Heute ist die Nacht. Oh, wir haben eine schöne Deko hier. Hallo? Ja, komm mal rein hier. Los, schneller, beweg dein Pühnchen hier. Ja? Ja, alles gut. Ja, ja, ja. Hier, Kerzen, das auch. Ja, bleib mal an. Bleib doch an. Rot, 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 rot. Okay, habe ich schon so. Es tut mir leid. Aber warum hier an dieser Scheibe? Hier wäre es doch viel logischer, weil hier eine Treppe ist. Ich könnte ja nicht da schlafen, wo hier jemand stehen könnte, ne? Ja, also irgendwie. Ja, so langsam habe ich es. Wie viele Enden hat man jetzt? Vier, glaube ich. Dann mach es mal an. Das wird so gut, ja. Das wird total gut. Was soll denn die anderen Enden noch sein? Das ist jetzt Ende fünf, dann gibt es noch zwei. Vielleicht einmal, wenn ich die Tür nicht aufmache. Und bei den schwarzen habe ich noch das Telefon nicht beantworten, oder? Ach so, es klopft. Oh, ich könnte mir auch einfach schlafen liegen. Oder muss ich erst sagen, ah, meine Augen. Oh, guck mal. Come out and play. Oh mein Gott. Ich darf raus? Escape the building. Und? Nutritual? Gebäude entflohen. Okay. Okay, ich habe eine Idee. Also, es fehlen, glaube ich, welche ich richtig gezählt habe, noch zwei. Wir machen jetzt einfach der alten nicht auf. Nö. Gehst du auch irgendwann wieder? Ja? Ich einfach Fernsehen gucken vielleicht. Sie klopft doller, oder? Ich weiß schon gar nicht mehr, hatte ich eine Option zu sagen, nicht. Ich bin nicht mehr. Ich bin nicht mehr. Alles aus. Es klopft anders. Ui, wir wohnen aber echt hoch. Aber es gibt Leute, die wohnen noch höher. Okay. Okay. Égal. guten tag guckt sie anders ob sie jetzt noch klopft oder ob sie einfach reinkommt ist wie ein vampir darf es erst dann rein wenn ich ja sage hey es ist zeit lässt mich rein man ich will dich nicht reinlassen was wollte ich jetzt noch das mit den schwarzen kerzen aber nicht ans telefon gehen ja total perfekt ach so das wollte ich aber nicht ausgemacht ja wir machen das auch noch an wir sind soweit ja lasst uns bei den bieten wenn es was böses ist dann ist beten doch eigentlich mach mal ja das verdammte telefon ist ruiniert die atmosphäre ich kenne ich an das blue telefon ja das ich kenne es öffnet sich nicht oh mein gott dachte es funktioniert nicht es ist hier es ist wirklich hier es tut mir so leid es tut mir so leid ja super soweit ja jetzt wem redest du ist unsere freundin jetzt dazu geworden das habe ich schon immer ich schau einmal nach bevor wir hier noch ewig rum haben ja eine sekunde bitte so ich habe geschaut dass ich das erst mal kapiert habe also es fehlt jetzt noch einmal rote kerzen und nix machen und schwarze kerzen und bliehen ja kommen sie rein bitte bitteschön bisschen schnell rote kerzen und nix machen wir werden drauf gehen oder sie ich weiß nicht also ich bin der meinung dass das noch nicht war ist die hütte die hütte anzünden wir auch hier beschweren wir haben ein radium hintergrund an was passiert hier muss doch irgendwas passieren vielleicht lassen wir ihn ganz ein bisschen zeit achtung achtung was ist los ich habe gar nichts hier sind wir im letzten mal nämlich geflogen ich brauche einen branden lagen nein so habe ich bei dem hier denn immer so viel zeit was haben wir getan was haben wir getan nein du tritt wohl und jetzt doch das letzte heute ist die nacht ach so ich muss ja erst warten bis sie da ist wieso kann ich nicht vorher einfach mal darf doch mal meine tür auf und zu machen es klingelt ja es kloppt hi kommen sie rein ja heute ist die nacht freund also wenn ich so freunde hätte ne 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 damit damit macht man keine Spieße also ich ich würde es nicht tun ne 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 das muss man ja nicht so ein Mist machen ne 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 Kappen, gut. Ah, komm. das war es. Tja, haben wir einfach unsere Freundin im Stich gelassen, aber ich meine, ist aber schuld. Sieben von sieben! Yeah! So, wir haben alle Enden und ich hoffe, ihr seid zufrieden. Dieses Spiel gibt es gratis auf H.I.O. und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss!